moin ihr baller freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von generation zero ich bin noch leicht erkältet auf jeden fall noch daneben gekriegt das habe ich doch schon erzählt kalli raus vielleicht noch erkältet man hört das vielleicht und ja ihr lieben sorry dass generation zero so lange nicht kam wegen karlis diensten wo sie sechs tage durch booken musste oder waren das sieben tage kamen wir momentan nicht dazu und jetzt erst haben wir dazu wir haben ja eigentlich fast so weit alles hinter uns bei generation zero wir haben glaube ich noch zwei gebiete die wir erkunden wollten und es kam ein neues update dazu wir zeigen das mal schnell ja hier 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 voll krass herausforderungen herausforderungen das heißt wir werden wahrscheinlich das eine oder andere vieh töten ins feuer und keine ahnung was wir dann bekommen ob wir dann leveln oder ob irgendwas passiert keine ahnung vielleicht werden wir zu göttern wir werden einfach alles zerstören gucken wir wo wir uns leveln wie gesagt und man hat geschrieben dass wir ganz schlau waren und auf der auf der brücke und so ein raketen gedöns da vergessen haben da soll noch irgendwas nettes liegen da gehen wir jetzt mal nutzen gucken aber sowas von ich höre schon big t rum rennen oh ja was ich das fernglas verdammt das nicht freuen ich habe ja ich habe vorhin gescrollt aber da kannst du markieren wo die brücke ist ich gehe mal kurz gucken ob wir hier irgendwo noch was haben wir so entfernen setzen ich habe gesetzt einen punkt stahls auf dich eins ist hier bei mir ich wollte gucken ob noch irgendwas ist gibt es hier ein fahrzeug ständer fahrrad kiste die ist gar nicht da fahrrad ist das kalt ich gehe wieder rein ja dann gehen wir mal zu fuß zwar ist hier irgendwo hinter mir ein fahrrad teil aber ich sehe es gerade nicht da ist nämlich big t und da will ich hier nicht hin die sind mich gemein geworden ja die sind richtig hinterlistig geworden ich mag die netten nicht mehr das ist schon gelb ist das ist schon gelb ist das ist auch was passiert nicht der big t aber das ist ein haus dazwischen oder kleine hunde ich sag doch big t ist gar nicht gewohnt mal gucken wie lange wir diesmal im game bleiben letztes paar mal hat eigentlich ganz gut geklappt ich habe ich glaube ich habe gelesen dass sie das irgendwie versucht haben zu fixen oder haben gefixt wir werden sehen cool na denn feuer frei weißt du noch damals auch der als auf der brücke waren und es war so neblig und irgendwas hinterlistiges hat uns da beballert und wir wussten nicht was und ja ganz schön reingehauen die sau das war zwei beine als ich ein komischer weiß ich nicht der nebel der staub was es auch war gelegt hat ja das war ja eigentlich der nebel von mrs survival die dandals wollten kommen stimmt wir können ja auch jetzt angeblich hacken aber wir haben das letzte mal da nichts ich weiß gar nicht gekommen oder nein das wollte ich jetzt nicht einfach die zwei ich glaube weiter jaja du droppst du schildes alter du hast genau dieselbe waffe in hand wie ich wie cool ist das denn hier ist 50 erlaubt los renn schneller wie ist das der panzerbrecher ja die panzerbrecher möchte ich aufheben ich bin so ein bisschen überfordert es ist geil wie und die wird dann lass uns mal lutzern ob hier irgend was ist was ja auch immer sein möge wir werden es finden und wenn nicht dann stürzt sich die elia von der brücke für euch mach ich ein bisschen action für euch ihr lieben gelootet da sitzt ja einer drinnen hier ist ein rucksack aber ich glaube der ist nicht wirklich da lass uns mal gucken wo haben wir was übersehen es war ja auch nicht alles so was und vielleicht ist es auch nicht mehr da durchs update gibt es nicht mehr in poppes was hier steckt warte mal war da war da eine rote kiste oder war das einfach nur vom tics hier ja es war einfach nur vom tics hier ihr wisst das licht kann sich ausmachen wenn du was findest naja hier war überall jetzt was drinnen rucksäcke aber die konnte ich nicht looten hier liegt schnee im auto im auto im warum im ist doch ganz war sehen wir was ja einfach mal zu was war da was drin lehnt es vielleicht irgendwo dran keine ahnung müssen wir irgendwo runterspringen glaube ich weiß gar nicht müssen wir rüberspringen ich glaube hier ist nichts gut dann würde ich sagen spawnen wir dahin wo wir hinwollten genau wenn ihr doch was sein sollte hat die idea überflüssig ja ich darf das ich bin krank warte mal ich will immer mit wer ist der hier ich will reise dorthin solange es noch geht ach wir müssen aufpassen dass hier ist irgendwas wo ist wo was ja jetzt mittlerweile nordküstenregion ein soldat hat nördlich des bauernhof sein lager aufgeschlagen vielleicht hat er dort nützliche ausrüstung versteckt so so ist verdammt kalt nordküstenregion da waren wir doch gerade oder weiß ich nicht oh guck mal warte ich setz mal hier rosenposter auf klo ist nicht besser wenn man da richtige rosen hin klatscht wenn man so naja ich hab's verstanden das gelache gesagt so gehen wir mal nach unten ich hab den wegpunkt neu gesetzt irgendwie bin ich aber unzufrieden mit der waffe ich tausche mit das da das da hat kann es sein dass ich kein oh gott ich hab kein mediki mehr wir müssen unbedingt looten ja du hast hier noch nicht drinnen na wir waren doch im ganzen haus schon gut wir waren hier schon ihr lieben wo ist denn wieso rennst du denn wieso wartest du denn nicht naja du dörst mir zu lange einfach oh gott ich will ein ich brauch mir die kies was ich brauch ganz dringend mir die kies guck dir wat rauchgranate wir wollen selber mit war die die war für da ja das ist schön oh mein gott haare kriege ich und zum eilen eilen ist toll balaboom wir haben ja jetzt wieder platz irgendwie im inventar irgendwie haben wir alles ausgegeben da hinten ist gelbe hütte ich will da nicht hin und gucken oh ohne punkte komm mal warte mal was schieben wir uns denn unten rein ha 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 das da aber ha 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 was du wieder denkst warte mal jetzt knatterts im golly renn wieso springst du denn ab die die regelt das voll nice wo sind die zwei ich weiß gar nicht was du hast unten in der leiste mediki reinschieben hm so hier ist noch ne kiste nehmen wir mit warte ich will auch mitnehmen hier ist nichts da wollte ich eigentlich gar nicht rein gucken wir brauchen nämlich ganz trink mir die kies oh ja sonst warte mal hier ist es hier ist es leer mit adrenalin auch sehr wichtig das haben wir das letzte mal ganz schön vergeudet eh was du hast andere dingsterbumster gefunden ich auch verdammt das oh krass du hast mich beleidigt meine gefühle oh gott die ich nicht habe was ey ich hab hier nur so so ein anderes scheiß zeugs drin ich hab kein hab ich noch indra indra ne hab ich indra indra ähm und äh ähm ähm die auch straße ich glaub rechts von uns gibt's ne straße aber wir müssen aufpassen guck mal hier gibt's ein tor warte 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 stopp oh gott sei dank ich flieg hier rüber mann ah ja du bist so ein held und machst das auch noch ich krieg das hin definitiv positiv ey yay wie kann wieder bütt oh gott ich wacke es jetzt hier durch die wala baum 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 da müsste vielleicht ressourcen oh gott komm ich hier durch Hilfe ja ja wieso nimmst du denn die ist doch klar dass man da nicht hochkommt komm jetzt war vernünftig man muss gerade die person sagen gib über eng bleib du ich bin erster warte stand da grad Anna Anna Wege Ding hier ist so leer warte mal warte mal warte mal nein es hat beinahe geklappt beinahe hier gibt es eine Waffe wo achso bist du dran vorbeigefahren eine Waffe? ja wat für ne Intelligenz meine Intelligenz dran vorbeigefahren und das nehmen das ist Ort Bergregion in dem du die Textschnipse aus den verbrannten Frachtlisten kombinierst kannst du ihnen ein paar Informationen entnehmen die Maschine und ihre Nachschublager wurden von der schwedischen Armee eingerichtet die Leitung hatte ein gewisser Frederik Holberg er ist anscheinend ein er ist anscheinend Chef einer Einrichtung namens Redo willst du willst du hier wat zum hier gucke mal bitteschön für dich hab ich abgelegt nimm's dir ich lese einfach nicht oh macht Kalli schon ähm eine Waffe ist ein Jagdgedöns das ist ne andere Waffe kann das sein ja die hat ein paar Krönchen oder ist das die hier oben ne das ist ne andere das ist eine ne sind beides die selben die die hier schwebt was rum warte mal da fährt was jetzt ach ne das ist was erledigt doch nicht das lebt noch Das lebt doch noch. Ich hab seinen Tank weggeballert. Hinter uns ist irgendwas. Ja, weil du hier wieder rumballerst. Stopp! Ich wollte nur das Geräusch wiederhören meiner Waffe. Nice. Gut, wir hatten... Oh, Alter! Hilfe, ich hänge! Kali, rette mich! Das Ding ist abgereint, äh, weggerannt. Jetzt kommt, ich beschi... What? What? So voll der Frau... ...frauliches Schrei. Da. Fuck daneben. Ach, komm schon, Mann! Hahaha. Hahaha. Geh doch her, ne mehr mit dir, ey. Hä? Warte, denn das Ding ist doch schon tot. Da hinten ist ein Container, wollen wir da mal hingehen? Okay, ich stimme mit Fahrrad hiermit. Hübsche Blaue. Neues Ding habe ich zwar schon markiert, das ist auf der anderen Seite, wo wir jetzt langfahren. Uh, warte mal, ich muss hier... Yeah! Affenszahn, warte mal, wo ist denn jetzt besser? Ist der Zaun da kaputt? Warte mal, wieso looten mal das Kackteil hier nicht hier? Da war da was? Das war ja stimmt, da war ja was. Äh... Oh ja! Alter, dein Fahrrad, Mann. Hm... Bin entzückt. Ah, ich bin... Alter, da hängst du bei mir fett und billt. Ich bin geflogen! Binst du denn? Warte maaaal! Ich musste rea- oh. Durch die Pampa. Ja, hier ist eingeeist, man pack dich nicht aufs Fressbrett. Ja, ich doch nicht. Hier ist glatt. Warte mal. Deinen Scheißer gucken wir auch nach hier? Was hat es denn? Her damit, wow. Dein Fahrrad macht sich selbstständig. Ich fahre mal weiter. Tja. Bügel hoch. Dümmel. 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 Was ist das hier? Erstmal das da. Das habe ich auch getötet. Habe ich auch getötetet? Ja, ja. Hab's voll drauf, oder? Schieb doch dein Fahrrad nicht. Was? Du schiebst dein Fahrrad. Was ist mit meinem Fahrrad? Was ist das? Ich bin näher ran an die Konten. Ich schiebst. Na komm. Hola. Hier. Sammelgegenstand. Hier gibt es einen Sammelgegenstand im ersten Container. Und hier gibt es ein Vieh. Sammelgegenstand? Ich sehe keinen Sammelgegenstand. Doch, aber was? Irgend so ein Plakat. Oh, Plakat. Okay. Irgend so ein Bild. Warte, dann habe ich das gerade, glaube ich. Ach doch, da. Sehr schön, habe ich. Oh, wir müssen durch den Wald, ja. Ah, die Freude ist groß, glaube ich. Ja, warte mal. Wir wollen mal kurz. Ja, warte mal. Wir wollen mal kurz... ... ... ... ... ... ... Jetzt ist OBS ausgeschlagen. Ah, jetzt war ich mal laut, ne? Jetzt hat man mich wenigstens mal gehört. Wo wollen wir denn? Ich fahr einfach hier. Eltern, du fährst durch den Container. In den Container und backst jetzt da rum. Würde ich nie machen. Boah, du bist reingefahren. Bist du da drinnen? Da drinnen. Hä? Ich liebe dieses Spiel. Ich glaube, wir fahren auf der Straße. Wenn es hier eine Straße gibt. Ja. Ja, irgendwo rechts oder links. So von der Karte gesehen. War da irgendwas gewesen. Wir könnten uns auch... ...hin teleportieren. Was? Da haben wir ein Häuschen? Ja, ein bisschen in der Nähe. Wir fahren nämlich jetzt wieder zurück eigentlich. Ja, ist doch in Ordnung. Komm, wir gucken mal, ob hier noch Viecher leben. Außer das, was wir jetzt am Anfang mitgekriegt haben. Gut, also du willst langfahren. Alles klar. Was, wusch? Was? Du willst langfahren. Alles klar. Komm schon, Fahrrad fahren hier. Gesund. Ich fahr durch den Wald. Ah, was, was? Moment. Ah, Trottel. Alter, was war denn das? Da war doch gar nichts. Mhm. Warte auf mich. Da war nichts. Wer fällt denn so blöd, ne? Ja, ich fahr vernünftig. Da war wirklich, wie es der Boden war. Nicht vernünftig. Natürlich. Da ist der Boden dran schuld. Ja, Mann. Nein, da ist Wasser. Niiiih. Okay, also rechts. Schön, dass ich dich vorschicke. Warte mal. Kurve. Ja, du nimmst mich mit. Wie geil ist das denn? Du schiebst mich. Sammelgegenstand? Wir haben hier ein Sammelgegenstand für... Ah, schönes drauf. Wir fahren weiter. Bestimmt hier rechts, aber egal. Wahrscheinlich. Das ist nicht so wichtig. Wir brauchen Munition, Heilung, geile Waffen und... Intelligenz. Was? Auch noch? Ja. Das können wir auch mal ein bisschen mitnehmen, ne? Ah, nee. Packen die alles in unsere Intelligenzkiste und sowas. Ja. Packen die denn mit 90 aus? Ja. Vielleicht brauchen wir sie noch mit 90. Ja, selbstverständlich. Leute, wir sparen, bis wir älter wären. Irgendwann werden sie, wenn wir die brauchen. Genau. Da sind wir dann auch immer fleißig am... Denken. Naja, eigentlich wollte ich Poppes abwischen sagen. Ah, so... Irgendwann Dittwings noch? Eih, Schiss. Guck mal, ist das glatt oder ist das einfach... Wenn man vom Teufel spricht. Wieso? Musst du? Packen? Was, nein? So war das jetzt nicht gemeint. Ach so. Gut. Mano. Alter, kannst du dir nicht einen besseren Weg hier aussuchen? Krampeln wir hier voll. Ich krieg ja gleich Muskelkater, Mensch. Äh, die A. Ja, mit A. Alter. Wieso? Ich hab das Gefühl, wir kommen nicht glatt vorwärts hier. Es stockt hier überall, Mann. Ich weiß nicht, wo ich dann fahre. Ich geb jetzt einfach Gummi und zwar... Ich fahr jetzt nach rechts und da ist eine Straße und da fahr ich jetzt rauf. Okay, da folge ich noch. Auf abzubremsen. Ich weiß nicht, warum. Ah, ich glaub, weil es glatt ist. Wie rutscht? Kann das sein? Ist das mit hier drin? Uhuhuhuhu. Straße. Oh, guck mal, hier gibt's wieder die Stäbchen. Lass du mich spinnen? Nein, du bist 100 Meter von mir entfernt. Was machst du denn? Einfach geradeaus. Und hier die Speeddingens zusätzlich. Auto. Tschüss Auto. Gut. Ich hab irgendwas auf der linken Seite gehört. Egal, ich fahr weiter. Hier nichts. Gehört. Es ist ruhig hier. Ja, oder? Sammelgegenstand aufgehoben während der... Bunkermeeren. Serstöre in der Waldregion genügend Maschinen. Hier ist oh, ein Bunker. 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 Ich begrüße sie. Gibt Gas, Mann. Ah, stopp. Oh, gar kein Gas. Geradezu ist so ein Symbolhof geploppt. Genau da wollen wir hin. Oder ist das unser? Oder wollten wir da hin? Ja. War das geplant von uns, dass wir da hin wollen? Von mir war es geplant. Geil. Guck mal, die Sonne, Mann. Die Sch... Uhhh. Das hat beinahe geklappt. Man sollte gerade ausgucken. Ah, noch ein Stückchen. Und was ist hier? Goss, 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 goss. Ganz viel Gas kippen. I'm coming. I'm coming. Eingetritt. Warte mal. Durch den Bein. Durch den Bein. Durch den... Uh. Trampeln, trampeln. Trampelst du auch noch fäßig? Ja, ja. Ich fahre einfach geradeaus. Da ist ein kleiner als sie. Du spimmeln vor lauter Nervosität. Oben oder unten lang? Ich fahre oben lang. Oben lang. Folge er mir. Folge er mir. Folge er mir. Alter. Ja, hier lang. Da unten kannst du nicht. Ich hab den Weg analysiert. Scheiße. Na klar. Ich weiß, wie kommt ich da oben ran. Pfadfinder, Kali. Ja, vor uns. Vor uns. Habau. Habau. Was ist denn das Symbol? Sag mal. Äh. Es ist... Leere Räume. Du fährst Richtung Feind. Da müssen wir... Oh fuck. Ah. Ist es groß? Ahoa. Ist es... Es geht fett abwärts. Alter, was war... Au. Was ist denn das für Muni? Mein Fahrrad. Mein Fahrrad. Au. Ich bin in so ne Dings gelandet. Geht's um. Schießen, Mann. Wart doch mal kurz. Eso. Oh ho ho. Ach das. Oh. Oh Gott. Ich schießen hier. Säb ich geschossen. Das habe ich geschossen. Da. Komm her, du ballerwütiges Ballerfreundchen. hier. Ich steig den Nachbarn aufs Dach, ey. Lächerlich. Lächerlich. Mein Fahrrad ist hier unten. Guck mal, ich hab hier so ein Chip-Gedöns eingesammelt für Bunker. Ich denke, glaube. Ich denke. Warte doch mal, Chippen. Chippen, 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 Chippen. Wir gehen doch nicht da unten, ne? Guck mal, hier dreht sich schon wieder irgendwas. Sieht voll lustig aus. Ey, ja, guck mal, hier ist noch so ein Vieh. Noch ein Chip-Dings. Was ist denn? Dein Fahrrad hängt hier da und rutscht. Deko-Hütte. Jetzt nehmen wir auch mit. Hm, Kiste. Oh Gott. Auch mit? Was nimmst du denn alles auch mit? Achso, du. Guck mal, es dreht sich hier immer noch. Ich seh's nicht, leider, schon wieder. Oh Mann. Es ist gesperrt. Mach mal auf. Ilya, mach mal auf. Du kannst doch öffnen und so. Ilya, wir sind bei 23 Minuten. Was sagst du da? Es ist gesperrt. Ja, sag ich ja mal. Komm, wir gucken mal hinten, äh, vorne. Ist das hinten oder ist das vorne? Ach, scheiß drauf. Ich guck mal vorne. Oder ist das hinten? Ach, scheiß drauf. Hier ist Ahoff. Ich bin dem Kampf beigetreten. Rechts von uns. Hä? Ach. Ja, nee, kleiner Scheißer. Hier, äh, vorne kannst du hören sehen. Hören sehen. Hören sehen. Hören sehen, lesen, meinte ich. Ja, ich kann hier mit nicht. Aua. Ach, schau mal. Ich verstehe. Au. Oh Gott, ich weiß hier. Ich weiß hier. Oh, eine Brille. Ach, ich muss mich auch heilen. Ach, pass. Äh, wo war das jetzt? Super. Ich hab schon wieder fällt an die Brust gedrückt. Äh. Ich muss noch mal an die Brust drücken, das Ganze. Bist du oben? Nee, du bist unten. Ich höre. Ja, ja, ich auch. Wir tun das einfach mal und ziehen das gute Stück. Alter. Warte mal! Ja, sorry! Ausgerechnet! Alter! Nennennennennennennennennennennenn – Alter, nein! Mach die Tür zu sonst kommt hier noch kleine Scheiße rein, wir wissen es doch. Lüchsch. Ist gesperrt. Er? Ich bin da rein! Bist du? Hab ich doch! Da war ich doch da… Achso. Weil ich es bei mir nicht mehr zu sehen habe. Fette Kiste hier mit dummem Zeug drin. Hier ist was vom Lesen. Lese, ihr. Lese Karte zum Arbeitszimmer. Oh. Brief eines Arztes. Ihr Lieben, das werde ich heute mal nicht vorlesen. Ins Klo! Geh ins Klo! Du auf Klo kriegst du Heilung. Was? Ja, da lagen vier, fünf, drei, keine Ahnung, ein Stück rum. Vier, fünf, drei. Warte mal, da gehe ich mal unten lesen, was auch immer ich lesen muss. Ich werde es nicht lesen, ich werde es nur anklicken. Wo ist denn der kleine Scheißer? Hier vorne, unten. Anhören. Ich werde mal meine Stimme heute schon und das wirklich nicht vorlesen. Wahrscheinlich ist das ganz schön interessant. Die quatscht hier. Aber was geht's? Wir haben ein Beziehungsproblem. Was denn? Wohin? Was ist los? Bist du schon ins Arbeitszimmer gegangen? Leck mich doch! Hier war ich doch schon drinnen. Hier, hier war ich... Ja, der kleine Scheißer hat sich gerade in die Luft gesprengt, Mann. Eis. Na denn? Ich habe dich dann gemacht. Aufsperren? Wieso kann ich aufsperren? Weil ich die Karte gefunden habe. Da hinten ist was. Das ist... Na dann. Ich kann nicht durch die Strecke schießen. Geil. Was für ein... Das hat er bumm bumm drin. Was für ein Arschdrecksviech. Na dann war ich... Ich muss die sieben und ich muss mir wieder ein Paket an die Brust drücken. Hier ist eine Waffe. Komm, ablegen. Mein Gott. Mein Immobilie ist voll. Dann dazu. Hier ist schon wieder was... Voll krass ablegen. Das können wir eigentlich auch ablegen. Dann können wir mal uns die Waffe hier angucken. Was haben wir denn hier drinnen? Hier ist... Ist... Viele Kassetten. Ob hier Brot sitzt draußen. HP5? Was zum Ende ist eine HP5? Hm. Mein Inventar ist auf jeden Fall voll. Warte mal, ich muss mich auch entleeren. Mal gucken. So. Was brauchen wir das Ding? Anhören. Oh, aber der Schahn ist ja blöd. Die ist gelb. Die ist gelb und der Schahn ist duft. Damit. Er ist klassisch. Schön. Aber der Schahn. Wie lange willst du da drückballern? Würde ich gerne nehmen, aber... Ey. Du hast hier deine Waller-Dinger vergessen. Um einzupacken. Ich hab keinen Platz mehr. Na gut, dann... Ich kann, glaub ich. Ah, der Nassteil. Ich glaube, ich werde nie dazu kommen, um was zu drängeln. Hast du es dir angehört? Hörst du dir grad was an? Ja. Den hörs med, ja. Den hörs med, ja. Med Veronicas algoritm bör vi kunna koda över neurosignalerna direkt. Med mänskligt koordinerade signalfall kan vi göra framsteg hundratals gånger snabbare än med råttor och apor. Und vielleicht ist es möglich, dass die speziell Koda-Cellern, die infekteren mit HIV ist. Nein, ich kann nicht sagen, dass die Rätsel nicht überlebt. Die würden alle nicht überlebt werden. Und sie würden die Rätten haben. Safe? Schlüssel für den Safe? 5 August 1961. Möte mit Holberg idag. Und auf seinen Begäran waren wir hemma hos mich und nicht in der Kontrolle. Er erklärte, dass FOA ein neues Programm hat. Kodnamnet ist die Redo-Visningskanzlei Öst, RÖ. Und das ist ein ordet, in der Nähe ist. Knappast ein Schlump. Aber er will nicht sagen, wo. Sie haben gearbeitet mit Prototypen von unbemanneten militärer Maschinen in der biologischen und chemischen Kriegsführung. Und das muss Szerlowsk aufbauen. Das ist klar. Warte, lass mich raus. Nee, alles gut, ich kann das nicht hören. Der ist weg, ist eingesammelt. Aber wir machen den auch. Da haben wir Päuschen, ihr Lieben. Ja, Quatsch noch. Oh, hey. Also, jetzt noch nicht in den Lieben sind. Ich finde es ein bisschen doof, dass man die Sprachaufnahmen nicht zusammenhören kann. Ja. Das ist ein bisschen bescheuert. Ich habe übrigens einen Safe-Schlüssel erhalten. Das können wir aber in der nächsten Folge machen. Und würde sagen, wir bedanken uns fürs Zusehen, ihr Lieben. Kali, schläfst du ein bisschen? Und bis zur nächsten Folge. Nein, ich meine, ich meine, ich musste... Keine Ahnung. Ja, ich habe einen Levelpunkt. Ja, bis zur nächsten Folge, ihr Lieben und Lieben. Danke fürs Zusehen. Bis dann, ciao, ciao.